Und damit willkommen zurück zu Callisto-Protokoll. Unsere Aufgabe ist es, zu diesen Abfallsystemen zu gehen. Und wir haben ja hier aufgehört, nachdem wir aus der Zelle hier raus sind. Mir folgt mich gerade... Achso, hier geht's weiter. Hm, so kleine Kriechviecher. Die werde ich bestimmt lieben. Und wir können doch nicht einfach das Fenster irgendwie aufbrechen. Na? Alter, das scheiß viel schon wieder. Ich glaube, irgendwann probiere ich das mal aus, was passiert, wenn man hier reinkommt. Keine Ahnung, ich will da irgendwie immer Leerdosse drücken. Alter. Ja, okay. Ich sehe schon. Diese kleinen Viecher werde ich lieben. Alter. Cool. Und ich wollte gerade. Alter, die gehen immer hart auf den Sack. Oh ja, immerhin. 30 Credits. Auto? Nee, ne. Okay. Okay, konnte ich wieder steuern. Danke. Dankeschön. Äh, Munition. Einmal kurz nachladen. Ähm. Achso. Okay. Okay. Hör genau zu, Jacob. Der Lüftungsschacht in der hinteren Ecke bringt dich zur Müllentsorgung. Dazu musst du dich an den Robotern vorbeischleichen. Stimmt, da war ja noch was. Mit den Robotern. Oh, scheiße. Okay. Okay. Äh, wie genau laufen die? Läuft der im Kreis rum? Na, der kommt wieder. Läuft der im Kreis rum? Soll ich da einfach weiter gehen? Ja, wir gehen einfach hier weiter Nice, 20 Hallo, da drüber So, Kollege Komm doch mal her Oh, hier geht's nicht weiter So, lauf nochmal vorbei Eh, wo auch hier noch? So, gleich hier rüber. Ich würde eigentlich gerne mit dir mal tauschen. So, dass ich viel geileren Wege als bin ich. So, dass ich viel geileren Wege als bin ich. So, dass ich viel geileren Wege als bin ich. So, dass ich viel geileren Wege als bin ich. So, dass ich viel geileren Wege als bin ich. So, dass ich viel geileren Wege als bin ich. So, dass es viel geileren Wege als bin ich. So, dass ich viel geileren Wege als bin ich. So, dass ich viel geileren Wege als bin ich. Aber der Checkpoint wäre irgendwie geiler gewesen, wenn der da hinten wäre. Uuuuuge. What? Tschüss Ja, ja, und wie geht's jetzt weiter? Achso Komm, rauf Ah, spaßig Geil, Außenwelt Wo wir rausgehen und außenrum gehen Stiegelt die Gerle aus Ja, eigentlich ne Ganz geile Landschaft Oh, verdammt guter Aussicht Ja, mit verdammt liegst du richtig Da zieht ein großer Sturm auf Da wollen wir nicht rein geraten Ja, ich seh ihn Und den Hangar seh ich auch Ja, das ist unser Weg hier raus Ja, da bin ich früher oft angeflogen Als ich noch ein Leben hatte Und das holen wir dir zurück Du musst dich nur an den Plan halten Und deinen Arsch zur Habitatskuppel bewegen Und wie zur Hölle komme ich dort hin? Niemand hat gesagt, dass es leicht wird Vertrau mir, ich bin da Was soll das wieder heißen? Ich hab früher dort gearbeitet Forschung betrieben, sozusagen Hab Aufnahmen gemacht Die Software, die ich in deinen Chor geladen habe Spielt sie ab, wenn du dich näherst Folge ihnen, dann kommst du zur Kuppel Was dann? Ich hol dich an der Warnstation ab Easy peasy Was ist so gut denn? Ich melde mich Mann Das geht nicht Du gehst nach unten, Mann Da gibt's kein Signal bis zur Kuppel Oh ja, klar Gibt es noch mehr, was du mir nicht gesagt hast? Okay, beeil dich einfach, ja? Da sollte irgendwo ne Luke sein Und Viel Glück, Jacob Ja, dir auch Wieso könnten wir nicht einfach mal den einfachen Weg nehmen? Oh Sprich Nix bueno hier Okay Moment mal Ja, erstmal hier looten Nice Okay Okay Habitat Bitte mal, da haben sie mit Leuten rumgespielt Aber das ist nur so ne Vermutung Na? Greife da nie Hier Sieht nicht so aus Was Seh ich hier eigentlich an? Könnt ein Bohr oder sowas sein? Hm Uh Upgrade Maschine So Ich würde erstmal gern zu dem hier hingehen UJC-Druck für alles, was sie... 139 Ja, kann ich was verscherbeln Gesundheitsinjektor Nee Okay Gibt kein Upgrade für uns Oh Gott Ja, will ich da jetzt wirklich runtergehen? Ja, Mann Ich gehe einfach immer den Arsch weg Wasserverarbeitung Okay Wasserverarbeitung Okay Auf 100 Pro passiert hier was Okay Eingang 21A Wenn endlich zur Müllentsorgung versetzt wurde Nicht scheiße hier Gerüchten nach Soll es hier angeblich einen Weg nach draußen geben Ein Hauptrohr aus Tank 6 führt direkt zur Kuppel Das rote Rohr da ist damit verbunden Das muss ich nur zurückverfolgen Okay Ist jetzt nur... Da muss doch noch ein Weg sein Ja, gute Frage, ne? Was? Was soll ich mit dir anstellen? Kann ich dich da vielleicht... Kann ich dich da so... Nee Hm Oh 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 Nee, nicht rauf Dann... Nimm das Teil nochmal Ich will also Kiste Oh, weh Das ist so eine Kiste, die mich verarscht Hm Inventar voll Nice Oh, da oben ist auch was Äh... Komm doch mal her Ja, einmal da dann Hass, Mann Okay, also mit den Sachen kann ich hier Nix anstellen Da geht's nirgends wo raus Achso Achso Vielleicht geh ich auch einfach da durch Manchmal ist es einfacher als man denkt Ja, ich glaub wir finden das gleich raus Mhhh Mhhh Lecker Mhhh Gott sei Dank gibt's keine Geruchssimulation Oh Oh, servus Naja, wollte schon sagen Sag mal, was macht das Scraper-Ding, wenn es zu dem da kommt? Oder geht das doch vor? Oder geht das doch vor? Naja, das Bett bevor und noch Ähm... Ich muss genau... Ah! Ich muss ja nicht so auf... Ich muss ja nicht so auf den Weg gehen Naja, ich muss ja nicht so auf den Weg gehen Wollen wir dann verwandeln? Okay. Ja, ich würde mir sagen, Abfallmonster. Da gehen wir einfach mal rein. Wollen wir uns jetzt nach oben gucken. Aber ich sehe keinen Zugang. Ich muss da reinkommen. Also, erst mal... Erst mal tun wir hier Kissen prüfen. Und? Oh, geil. Nummer 40 Quil jetzt. Und noch mehr Munition. Cool. Ja, Loot. Dankeschön. Oh, ich würde sagen, hier geht's rauf. Na, kommt hier auch einer? Keiner? Okay, dann halt nicht. Äh, schaut's. Oh. Komm mal kaputt hier. Nice. Stehst du auf? Nö. Es ist jetzt ungefähr... Äh, drei Stunden nach der Freisetzung. Die Geschwindigkeit der Evolution ist erstaunlich. Organische Tarnung, biophagische Sekrete. Als ob es sich an die Umwelt anpasst. Oder... Die Umwelt an sich. Verdammt, Co. Was hast du getan? Ähm... Ich bin jetzt grad ein bisschen überfragt. Bin ich da aktiv im Kreis gelaufen? Geht die Tür denn doch auf? Muss er einen anderen Weg finden. Ah, hier. Okay. Ach, immerhin. Bock, schweiß jetzt und so. Mh, lecker. So. Äh, schleichen hier. Hm. Wir haben sie ja mit der Munition. Versicherung. Und wo genau willst du die drin haben? Oh. Oh, nice. Oh, andere Seite. Nice. Oh. Was zum... Scheißvieh. Okay, ja, dann... Das war's. Ah, hier. Aha. Und noch. Oh, geil. Oh, geil. Ah. So, ich bin ja. Oh, ich bin ja voll. Was ist denn, wenn das nochmal eins war? Das ist nochmal zwei. Irgendwo hier drüben? Ähm. Wo ist Nummer zwei? Hier? Ah, ja. Ah, kommt noch jemand? Nö. Ja, wissen wir. Ich glaube, jedes Mal, wenn dieser Kreis da unten erscheint... Erstmal hier rein. Das sieht nach... Blutbereich aus. Willi, sag mir, dass sich das lohnt. Oh, Vorratsraum. Zugangshalle, ey. War jetzt nur so auf Verdacht, weil er da hinten da liegt. Na, komm. Da springt jetzt auch was raus, oder? Okay. Oh, 58. Okay. Nice. 16, immerhin. Kann ich dich kaputt machen? Schade. Wäre jetzt irgendwie witzig gewesen, wenn da was rauskommt. Oh. Ach so. Ja, okay. War jetzt nicht so mega viel drin. Besser als gar nichts. Ah, nice. Eines Dreckswasser hier. Geil. 3, 2, 1. Zieht mich runter. Ey, bis was? Ich geh jetzt mal nicht da nach hinten. Ich geh jetzt mal nicht da nach hinten. Hm. Hm. Irgendwas Tolles passiert gleich. Mit der Musik. Oder auch nicht. Okay. Ich schau erst mal hier rein. Okay. Alles klar. Das ist die... Abkürzung zurück. Gut. Ich schau mal aus. Credit mäßig. 3, 5, 7. Hm. Was will ich? Tempo? Nee. Nee, das brauch ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, ich mach mal den hier. Das Ding macht gar nichts an meinen Stau. Aber gut. So. Können wir was verkaufen? Nö. Gut. Dankeschön. Ich drück keine Mittler im Aussatz, um einen schweren Nachbarn aufzuführen. Schwere... Uh. Okay. Das probieren wir aus. Ah, scheiß wie. Okay. Präge ich, wenn euch gut ist. Ja, gib her. Warum auch immer die kleinen Viecher hier gescheit jetzt haben, ne? Ähm. Loll. Soll es... Ja, okay. Dass ich muss da in den einen Bereich gehen? Also, ich muss da nach hinten. Ja, ja. Ja, jetzt... Bleib doch! Ach so. Ja, dann... Dann geh halt da so durch. So. Gib. Gib. Es ist halt so unfair. Ich meine, die anderen fahren mit der Bahn und ich darf hier durch den Abfall durchgehen. Das sieht doch nach Gegnerraum aus. Okay. Schwerer Angriff, der braucht ein bisschen. Ja. Nice. Hm. Schön hier. Nice. Toca mal her. Was ist jetzt? Gut. 106? Geil. Ja, 18. Okay, ich würde mal sagen, wir nehmen uns mal eine Spritze. Nice. Aber hier? Oh, geil. Gesundheit. I... Ah, ist beides zu. Und? Okay. Ich weiß, dass wir unsere Explosive haben, aber ich stehe bitte zu nah dran. So. Gut. Dankeschön. Und hier auch noch. Nois. 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 Was ist denn hier? Lauf einmal los. Ah, langsam reich hier. Ah, geil. Sicherung erforderlich. Wo kriege ich hier eine Sicherung her? Ah, also da hinten schon mal nicht. Hier hinten. Gesundheit. Okay. Schauen wir mal hier nach oben. Ah. Was genau? Jetzt habe ich es kapiert. Was genau? Es gibt Kommentare, die sind jetzt nicht gerade die hellsten. Ah, servus. Komm her. Komm her. Komm. Kampfen. Angeschön. Ey, gib her. So, und für dir auch. Ah, nur neun. Ah, noch ne Runde. Ja. Ah, du hast wieder so viel Credits, oder? Ja. Ja, ist ja gut. Komm, beruhig dich. Hallo? Dankeschön. Yeah. 89. Noch einer? Was ist noch einer? Hey, Kollege. Komm mal her. Ja. Ja. Dankeschön. Ah, ein bisschen wie Credits. Ah, zehn. Nutzig ja gar nicht. Ja, wobei, in der Masse dann eigentlich schon. Nice. Okay. Liebe Leute, ich würde sagen, hier machen wir erst mal eine kleine Pause. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Wenn es euch gefallen hat, lassen wir den Damen nach oben da. Und dann bis bald. Hier in unserem kleinen Gefängnissimulator. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Es gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Und dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.